Er hat 100% ne Waffe. Er hat keine Waffe! Genau wenn ich sage er hat 100% ne Waffe, kriegt er keine Waffe. Brrr. Pssst. 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 das ist lila sky trooper was mache ich da was mache ich da überhaupt das das ist ein lila sky trooper da ich mach grad nur scheiße was mache ich mit dem ich glaube der nervt der nervt richtig hart der nervt zu viel so genervt ich konnte nicht mehr durchkommen 200 leben alles klar gerade ist es nicht so mein tag dazu gerade ist es echt nicht so ein tag es ist nicht mein tag heute auf jeden Fall nicht Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich finde kaum noch epische Acker. Ich finde kaum noch goldene Acker. Ich finde das vielleicht zwei, drei Mal. Manchmal aus einem Lootswub. Goldene Acker, aber nur noch aus einem Lootswub. Digga, was ist das gerade? Es gibt ja auch keine Waffe, die du wirklich nur aus einem Lootswub bekommen hast. Was ist das? Was ist das? Wie ist der hier hochgekommen? Kann es mir mal jemand erklären? Kann es mir mal jemand erklären? Ja? Achso, hier. Ja. What the heck? Ich muss mich nicht raus. Ich muss mich nicht raus. Ich muss mich nicht raus. Ach, das Nightbinds, die verstecken sich in die Ecke. Was ja auch normal ist, weil sie noch so schlecht so viel ist. Aber man kann sie genau da gleich treffen. Er ist durchgeglitscht. Okay, sein Controller ist ausgegangen. Dafür gibt es mal einen. Weil ich meistens nicht niederlang passieren finde, nämlich diesen... Also, das ist ein Block und ein bisschen langer Pass. Ich bin hier. Nein, nicht. Ja, der baut sich hier voll. Das ist hier noch pech. Wir vergessen, da oben war mein Lieblingswerk, Kugel-Lot zu holen, Mann. Ich habe gerade an diesen Kugel-Lot gedacht und dann ist es mir aufgefallen. Ich werde sogar nicht mitnehmen, weil ich ja Minis habe. Ich könnte es auch gebrauchen. Ich habe davon alles gebraucht. Ich habe meine Enge-Gleiter gebrochen, weil ich sonst umfalle. Ich brauche mein Jagdgewehr, weil ich öfters damit Hits mache. Ich brauche jede einzelne Sache, wenn ich jetzt habe, brauche ich. Jede einzelne. Hier ist noch jemand. Ich habe die Akte da. Triff doch! Ja. Triff doch. Echt, Mann. Triff doch. Ich vertriff. Ich vertriff. Man will sich gerade auf den Berg hochbauen und dann kommt so ein Typ. der ein... Und ich sage, dass er trifft. Triff! Er trifft nicht. Mann. Warum trifft er nicht? Ich hole mir jetzt einen Kugel da. Ich sage, wie viele Meter ist der denn entfernt? Wie viele Meter ist der denn entfernt? Hä? Wie weit ist der entfernt? Der ist 300 Meter entfernt. Was ist das? Der ist 300 Meter entfernt. Der Typ ist 300 Meter entfernt. Da bei Solty. Alles klar. Der ist da bei Solty. Der ist da bei Solty. So, so lucky. Komm, lucky Typ, du bist so lucky. Was will er die ganze Zeit von mir? Der will irgendwas. Von mir. Die Gapalla mich doch nicht voll. Was willst du von mir? Der will irgendwas, Leute. Der will irgendwas. Von mir. Digga, der Typ wollte irgendwas von mir. Checker! Danke, Po. Lolli, Gase, mein Bruder macht heute keinen Euro zu. Erst ab 2800 Abos gibt es wieder leckeres Abo zocken für drei Tage. Also. Spam den ab. So. 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 Und zwar. So. nur weil mein Jagdgewehr so langsam ist kann ich mein Jagdgewehr nicht benutzen Ballonhaar Leute haben bei mir Vorteil Leute die Ballonhaar die haben bei mir einen Vorteil ich habe mein Jagdgewehr dabei und versuche sie zu snipen und das ist sehr schwer weil die halt zu langsam sind wo ist der Typ überhaupt auf dem Berg sehe ich ihn überhaupt gar nicht aber echt what the heck das sehen wir wieder nicht das ist wieder ein Typ der drei Millionen Meter schießt ja guckt euch wie weit der ist zieht es doch euch rein wie weit der ist der ist doch viel zu weit entfernt guck mal wo er ist da ist er hä hä wo snipe dieser Typ ich höre doch dass hier jemand snipet so viele Meter entfernt der ist der ist so viele Meter entfernt da lass mich doch in Ruhe da ist 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 ah da ist Das ist toll. Ich werde hier voll gespamt, Leute. Der Typ ist da ganz oben. Der hat aber keinen Haltboden, das heißt, ich brauche mich ganz kurz ein, bis da kommt's. Ich warte, ich warte auf ihm. Ich warte auf ihm, er wird gleich kommen. Was ist sie? What's some guy? Oh, kein krächter Fischi. Ich warte auf ihm. Ich warte auf ihm. Ich warte auf ihm. Ich warte auf ihm. Ich warte auf ihn. Es ist ja genau schrecklich. Es ist doch ein Patient. Bis zum nächsten Mal.